Neujahresvorhaben. Am 1. Januar, nein, 1. ist zu früh, da sind wir noch ein bisschen out of order. Am 1. 2. Januar, 3. Januar, da geht's los. Yes, da wird gnadenlos neuer Lifestyle durchgezogen. Es wird nicht mehr geraucht, nicht mehr gesoffen, es wird nur noch gesund gegessen, es wird nur noch sportbetrieben. Ganz klar, das wird am 1. oder 2. Januar, wird das so sein? Ja, ich glaube, ihr wisst jetzt schon, auf was ich es raufmesse. Die meisten sagen schon, oh yeah, jetzt kommt das wieder. Diese Neujahresvorhaben, die von vornherein zum Scheitern vorurteilt sind. Warum sind die zum Scheitern vorurteilt? Das ist relativ einfach. Die meisten Menschen, die das so vor sich hin sagen, die nehmen das tatsächlich nicht ernst. Das ist einfach eine Floskel. Und die paarjenigen, die es dann tatsächlich versuchen, die scheitern ganz oft daran, weil sie die Idee schon längst gehabt haben, aber sie schieben es auf ein gewisses Datum. Und ab dem Moment muss sich alles ändern, obwohl sie mental noch gar nicht darauf eingestellt sind. Sondern es wird zu einem Zeitpunkt vielleicht was in die Wege geleitet, wo in dem Moment gar nicht passt. Denn jetzt kommt ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp. Und zwar, ihr habt die Idee irgendwann mal, vielleicht am 12. Dezember. Vielleicht am 31. Oktober. Gibt es eine 31? Ich glaube, ja. Oder am 30. November oder am 12. November. Und jetzt kommt was Spannendes. Freunde, wenn ihr diese Idee habt, dann setzt sie jetzt sofort um. Und zwar jetzt. Innerhalb von den nächsten 72 Stunden solltest du, wenn du die Idee hast, ins Umsetzen kommen. Was bedeutet, du solltest die ersten Schritte dafür tun. Du wirst nicht in 72 Stunden alles umsetzen können. Du wirst nicht in 72 Stunden neuer Mensch werden. Aber du kannst die ersten Schritte einleiten. Zum Beispiel zu sagen, ja, was werde ich in Zukunft frühstücken? Was werde ich in Zukunft zu Mittag essen? Was werde ich in Zukunft zu Abend essen? Wann werde ich frühstücken? Wann werde ich Mittag essen? Wann werde ich Abend essen? Wann werde ich Sport betreiben? Welche Art von Sport werde ich betreiben? Im Fitnessstudio, Outdoor, zu Hause, mit Tubes, mit Bodyweight, mit Freihandeln, mit Maschinen? Wen beauftrage ich damit, einen Trainingsplan zu erstellen? Mit wem setze ich mich auseinander zum Thema Ernährung? Wer kann mir da die besten Tipps geben? Wer hört sich das an, was ich genau brauche und wer hilft mir da? Das sind die ersten Schritte. Das sind die allerersten und wichtigsten Schritte, sind die ersten 72 Stunden. Wenn du länger wartest wie 72 Stunden, das ist wissenschaftlich belegt, Freunde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ins Umsetzen kommst, unter 2%. Das heißt, es ist direkt zum Scheitern verurteilt. Also, Freunde, lasst es sein zu sagen, ab dem 2. Januar, ab dem 1. Januar wird sich die ganze Erde verändern. Wir werden alles tun. Denn ihr habt davor über Wochen, Monate hinweg, Jahre hinweg eine Verhaltensstruktur aufgebaut. Ihr habt Routinen aufgebaut. Und glaubt ihr wirklich, dass man da mit dem Finger schnippst und dann sind die Routinen auf einmal verschwunden? Neue Routine ist da. No way. Also, erster Fakt ist, innerhalb von 72 Stunden, wenn du die Idee hast, setz es um. Und wenn es am 10. Januar ist, dann ist es am 10. Januar. Und wenn es am 27. Dezember ist, dann ist es am 27. Dezember. Warte nicht bis zum 1. oder 2. Das ist die Nummer 1. 72 Stundenregel. Die Nummer 2. Bitte. Wenn ihr über Jahre hinweg geraucht, gesoffen und geföllert habt, nachts wenig geschlafen habt, euch überhaupt nicht um die Bewegung gekümmert habt, dann solltet ihr langsam vorgehen. Eine Baustelle nach der anderen. Wenn ihr unterschiedliche Baustellen aufreißt, dann geht es so, wie in ganz vielen Städten, da läuft gar nichts mehr. Der Verkehr kommt zu mir liegen, weil keiner über die andere Baustelle nachgedacht hat. Und genauso passiert es auch bei uns, wenn wir sagen, so jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt wird alles auf einmal umgestellt. Rauchen aufhören, Ernährung umstellen, nichts mehr trinken, ab sofort spart machen. Das wird so nicht funktionieren. Das sind meine Erfahrungen der letzten 30 Jahren Beratertätigkeit. Das ist zu viel auf einmal. Erst einmal Ernährung umstellen. Erst einmal dadurch eine Routine bekommen, ins Umsetzen kommen. Nach 6, 8 Wochen hat man eine Routine. Das heißt, alles, was man tut, ist dann nicht mehr so energetisch aufwendig. Und in dem Moment, wo es nicht mehr energetisch aufwendig ist, ist es eine Routine. Denn bei einer Routine müssen wir nicht entscheiden. Eine Routine, die noch keine Routine ist, treffen wir ständig Entscheidungen. Ich muss das so machen, ich muss daran denken, ich muss daran denken. Das ist ultra energetisch aufwendig. Und solange irgendwas energetisch sehr aufwendig ist, ist es unglaublich erschöpfend. Wenn wir fünf Baustellen aufreißen und wir fünf Baustellen Entscheidungen treffen müssen, dann wird irgendwas leiden und irgendwann sind wir so überfordert, dass wir das Ganze alles unter sein lassen. Deswegen tut bitte folgendes. Macht eins nach dem anderen. Fangt am ersten Mal an, vielleicht mit der Ernährung. Dann dazu die Bewegung. Dann, wenn ihr raucht, ein paar Wochen später das Rauchen reduzieren, vielleicht sogar ganz aufgeben. Dann das Nächste ist, irgendwann ein paar Wochen später den Alkohol reduzieren und von mir aus auch komplett eliminieren. Aber lasst es sein, zu perfektionieren beim Einstieg. Ihr werdet nichts anders sein als überfordert. Ihr werdet in fünf verschiedenen Richtungen Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen sind energetisch so unglaublich aufwendig, dass ihr dann irgendwann mal keine Lust mehr habt, Entscheidungen zu treffen. Denn wir haben ein Entscheidungszentrum im Gehirn. Und wenn dieses Entscheidungszentrum erschöpft ist, überlastet ist, dann denken wir nicht mehr darüber nach. Dann treffen wir keine Entscheidung mehr. Vor allem treffen wir dann in der Regel keine klugen Entscheidungen mehr. Und genau aus diesem Grund, Freunde, dieses Neujahresvorhaben, wenn überhaupt, ich gebe jetzt euch noch einen Tipp, es kann funktionieren. Es besteht nicht die Gefahr, sondern das Glück, dass es funktionieren kann. Wenn du Folgendes machst, du solltest wissen, was du ab dem 1. oder 2. Januar isst, was frühstücke ich, was esse ich zu Mittag, was esse ich zu Abend. Sollst du einen Plan haben, wie funktioniert es? Das Zweite ist, du solltest wissen, wo mache ich Sport? Mit wem mache ich Sport? Wo erkundige ich mich? Von wem bekomme ich einen Trainingsplan? Wer kümmert sich um meine Ernährung? Das Nächste ist zum Thema Rauchen. Wie höre ich Rauchen auf? Was tue ich da am besten? Welche Strategie fahre ich? Gehe ich zum Hypnotiseur? Zum Beispiel, gibt es da ein Buch, was mir hilft, was mir hilft beim Abgewöhnen des Rauchens? Wie gehe ich da vor? Wie gehe ich vor, beim Absetzen von Alkohol komplett drauf zu verzichten? Und wenn ihr darüber alle Informationen habt und wisst, wie ihr strategisch vorgeht, dann besteht eine kleine Gefahr, ein kleines Glück, dass es tatsächlich funktionieren kann. Aber nur unter Voraussetzung, dass ihr alle Informationen habt, die ihr tatsächlich braucht. Alles andere, kann ich euch garantieren, ist definitiv zu 99,9999 Prozent zum Scheitern verurteilt. Und wenn doch was directly von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Und ihr wisst das auch noch. Denn ihr kennt ja vielleicht auch Kollegen, wo es nicht funktioniert. Die meisten kennen Kollegen und kennen die Neujahresvorhaben, wissen, okay, warte mal ab, in acht bis zehn Tagen ist alles vergessen. Jetzt sind alle wieder in der alten Routine verfallen. Warum verfolgen wir dann sowas? Warum gehen wir nicht von vornherein klar, strategisch vor, wer bin ich, was kann ich? Was kann ich umsetzen? Jeder Mensch ist in der Lage, gewisse Leistungen zu bringen. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Lerne mich erstmal kennen. Also du dich, nicht du mich, sondern du sollst dich selber kennenlernen. selber erstmal gucken, was kannst du überhaupt leisten? Wie viel Disziplin kannst du aufbringen? Welche Sachen kannst du wirklich umsetzen? Was fällt dir leicht? Was fällt dir schwer? Ja, dazu gilt es natürlich immer, die richtige Information einzuholen. Sich bei den richtigen Fachleuten darüber zu informieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Natürlich, du kannst auch das Internet durchforschen. Du kannst dich stundenlang in den Rechner sitzen und wirst dann erfahren, dass es für ein Vorhaben zig verschiedene Wege gibt. Zig verschiedene Strategien. Und jetzt ist die Frage, welche Strategie ist für dich die richtige Strategie? Jetzt hast du fünf verschiedene Strategien. Welche nehme ich jetzt? Fünf Entscheidungen im Bereich des Essens. Dann hast du im Bereich des Sportes, wow, sechs verschiedene Strategien. Welche nehme ich? Uh, wieder viele Entscheidungen. Und letztendlich hast du so viel unterschiedliche Informationen, dass du nicht ins Tun kommst, weil du es hinterfragst, weil sich viele Sachen widersprechen. Du hast dann die Blockade und sagst, hm, was soll ich jetzt wirklich tun? Und dann entstehen diese Blockaden, diese Effizienzblockaden, auch diese Blockaden, Angst zu haben, es funktioniert sowieso nicht. Ist es somit schlau, strategisch schlau so vorzugehen? Nein. Mein Tipp an euch ist es, wenn euer Auto kaputt ist, bringt ihr das nicht in die Metzgerei und nicht zum Bäcker. Ihr bringt es richtig zum Fachmann. Das gleiche würde ich euch empfehlen, auch zu eurem Thema, zum Thema des wertvollsten Teiles, was ihr habt. Euer Rennpferd, das bist du, das seid ihr selbst. Jetzt, ja, gönnt euch einmal eine Beratung, eine strategische Beratung, wie geht das überhaupt, auf was sollte man Acht nehmen, was sollte man berücksichtigen, was ist wichtig. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ihr habt es durchschaut, ne? Ihr habt es direkt durchschaut. Ich komme ins Spiel, ja. Ich kann euch das anbieten. Ihr könnt mich damit beauftragen. Ihr habt die Möglichkeit, ihr habt die Chance zu sagen, Andreas, es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Kannst du das machen? Kannst du für mich erörtern, was ist richtig für mich? Mit was fange ich an? Welche Art von Training sollte ich machen? Wo sollte ich es machen? Wie sollte ich mich ernähren? Wie sieht es aus dem Schlafen? Wie sieht es aus der Achtsamkeit? Wie sieht es aus dem Rauchen aufhören? Kannst du mir da ohne die Arme helfen? Yes. Dann kann ich dir jetzt schon eins sagen, das kann ich. Du darfst dann, du profitierst dann von über 30 Jahren berufliche Tätigkeit in diesem Bereich. Du profitierst von über 28.000 erfolgreich beratenden Coaches, davon über 8.000 online. Nein, du profitierst von 52 Aus- und Weiterbildungen und du profitierst von einer ganz großen Leidenschaft zu diesem Thema. Und genau deswegen ist jetzt mein Tipp an dich. Unten in den Shownotes findest du andreas-drienbacher.com und da gehst du rein. Vereinbarst deinen ersten unverbindlichen Erstberatungstermin. Und dann haben wir in Kürze das Vergnügen und können uns unterhalten, genau über deine Strategie, wie du am besten vorgehst. So. Der Ball ist auch da im Spielfeld. Jetzt bist du dran. Bitte einmal den Termin eintragen und dann sehen wir uns in Kürze. Bis dahin wünsche ich dir bei allem, was du tust, ganz viel Erfolg. Bleib gesund. Bis bald.